Hallo Internet, mein Name ist Herr Körber. Ihr kennt mich vielleicht als üblen Heiratsschwindler oder als Teil des Duos Körber und haben es aus dem Podcast Bits und so. Es gibt eine traurige und eine gute Ankündigung für euch, liebe Freunde unseres Podcasts, denn in dieser Woche müsst ihr leider auf Folge 151 verzichten. Die Feierlichkeiten nach unserer 150. Ausgabe waren derart ausufernd, dass wir leider nicht in der Lage waren, ihr seht es ja an mir, die Folge 151 an diesem heutigen Dienstag aufzuzeichnen. Die gute Nachricht ist, wir werden das nachholen, wenn auch in etwas komprimierterer Form und zwar am kommenden Freitag. Da werden wir ab 19.30 Uhr auf mediencube.de live, endlich mal wieder live on air gehen. Also ich live, wir haben es ja ständig live auf Sendung, kriegt aber keiner mit, weil er nie den Link twittert. Aber ansonsten könnt ihr da 24-7 reinhören und hört immer Herrn Hammes, meistens beim Schlürfen von Tee. In dieser Ausnahmesituation möchte ich fast sagen, am Freitag werden wir allerdings um 19.30 Uhr gemeinsam vor dem Mikrofon sitzen, werden live mit euch zusammen hoffentlich die Medienthemen der vergangenen Woche kommentieren und diskutieren, wie immer. Das allerdings nur bis 20.15 Uhr, denn im Anschluss gibt es mal wieder ein Live-Zapping-Spezial und das dieses Mal zu der Show-Sensation des Jahres. Oliver Pocher gegen Boris Becker. Ja, Hermes war nicht begeistert, als ich ihm diesen Vorschlag unterbreitet habe. Ich glaube, er wird mich auch auf die nächsten Jahre hin sehr hassen dafür. Aber da muss er durch. Ich musste mir auch schon Star Wars angucken und tolle Filme wie, äh, wie hießen die noch? Körperfilmschule auf medienq.de, da könnt ihr sie nochmal nachschlagen. Sind alle bei mir hier oben gespeichert. Also, Vormerken, jetzt am Freitag 19.30 Uhr Livestream auf medienq.de mit den Medienthemen der Woche, mit euch natürlich interaktiv und ab 20.15 Uhr dann ein Live-Zapping. Wir werden uns allerdings nur auf ein Programm konzentrieren. Also, höchste Zeit, jetzt RTL mal wieder vorzuholen. Vom Programmplatz 72 vielleicht auf die 34, sage ich mal. Und dann werden wir zusammen alle auf den Kleinen, heißt das? Heißt die schon so? Ja, alle auf den Kleinen, äh, Spezial Boris Becker gegen Olli Pocher schauen. Ähm, ich sag mir nur, schlimmer als es Promi-Boxen im vergangenen Jahr kann's nicht werden. Insofern bin ich zuversichtlich und zusammen, da bin ich mir sehr sicher, ja, stehen wir das durch. Schönen Abend noch. Tschüss.